Heute ist nochmal so ein richtig heißer Tag und was passiert an heißen Tagen, wenn man gerne ein kühles Bier will? Der Kühlschrank gibt die Flöte ab. Macht nichts, habe ich den Experten im Markt Oberndorf kennengelernt, ein sehr empfehlenswerter Laden. Aber das schreit natürlich nach einem Abschiedslied für den alten Kühlschrank von Stoppock, mein Freund, der Kühlschrank. Jetzt nach all den Jahren taut er auf, ich kann's noch immer nicht verstehen. Nie kam er mir mal zu nah, war sachlich, kühl und souverän. Wir machten damals einen Vertrag, wir hatten es uns auch geschworen, egal was auch passieren soll, was ich ihm gab, das hat er eingefroren. Enttäuschung gab es da noch nie, lief jahrelang in Harmonie. Trockene Martinis, Eis am Stiel, 20 Grad minus, immer nix zu kühl. Mein Freund, der Kühlschrank. Mein Freund, der Kühlschrank. Na, der Mann, tau. Mein Freund, der Kühlschrank. Tau, tau, tau. Mein Freund, der Kühlschrank. Tau, tau, tau. Kühli, du hast mich sehr enttäuscht und dir, die hab ich blind vertraut, obwohl ich mir nicht sicher war, dass das Licht ausgeht, wenn man die Tür zuhaut. Wenn ich es mir jetzt überleg, warst du nie ganz sauber, nee, nee, nee. Ich hätt es eigentlich wissen müssen, du mit deinem FC-Kaffee. Auf einmal tropfst du summen Sau, auf einmal fehlte das Know-how in dir, da stand mein letztes Bier, jetzt stehst du ziemlich lauwarm hier. Mein Freund, der Kühlschrank. Mein Freund, der Kühlschrank. Tau, tau, tau. Mein Freund, der Kühlschrank. Ja, der Mann, tau. Mein Freund, der Kühlschrank. Tau, 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 tau. Mein Freund, der Kühlschrank. Tau, tau, tau. Mein Freund, der Kühlschrank. Jetzt ist er erledigt. Mein Freund, der Kühlschrank. Tau, Tau, Tau Und vorbei Aber der Neue macht bestimmt auch einen guten Job Tschüss, schönen Tag noch, bis bald